so leute willkommen zum stream ich bin gespannt ich bin gerade überlegen soll ich facecam mit einem machen ihr könnt mal in die kommentare schreiben ob ich facecam anmachen soll aber das problem ist ich hab die angst dass es leckt dann ich muss jetzt auch mal das gucken so wir haben hier den super sailer gym 4 gugeta banner ich bin jetzt mal gespannt was drin ist wie es aussieht kein super sailer gym 4 ok gugeta echt jetzt der fucking physischen brody der will doch keine sau kairoken gugoku black intel trunks und gugeta und freezer ok der neue omega shannon gugoku ist drin die 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 halunken die wussten das aschlöcher ok rose samazu super vegeto buhan und omega richtige wichser also namakobanta ihr seid Ficker ihr seid so Ficker ähm läuft der stream eigentlich alles gut jo also ich würde mal sagen machen wir es erst im witty summon diese diese halunken oh ich glaube ich habe das spiel ziemlich laut ach und ich habe es auch japanisch ok piccolo sr dr gero super sailer super sailer gym bardock tora neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee wester satan frost i fff ups mut nu röschee mellin i glaub das ist ein death multi ich fang mit nem fucking death multi an Ja, man, ich fang mit dem Deathmulti an. Okay. Richtig geil. So, nächster Sammon. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass ich mehr bei Omega Shen rum wahrscheinlich sammeln werde, weil da vierfache Goku drin ist. Also. Goku, wa? Shen? Android 17. Alter, was ist ja lauter Arrows? Ach, die dumme Supreme Kai of Time. Gohan? Super Sergeant Goku? Grelin? Tension Hunt ist doch nicht jetzt ernsthaft noch ein fucking Deathmulti. Ginyu. Wie, du? Alter, noch ein Deathmulti. Hammergeil. Ich habe Gott sei Dank sehr viele Stones. Ich will sie eigentlich nicht alle verballern. Ich will sie nicht. Ich will sie nicht. Ich will sie nicht. Nicht in der Ernst. Wieder keine Animation. Ich weiß, es ist wieder kein Safe-SSR. Okay. Android 19. Nappa. Was wäre wenigstens VB immer Banner. Beim Goku geht das so ein bisschen schwer, hätte man gegen Brody austauschen können. Für Glück, das Event ist so schwer. Vegeta KT. Okay. Nöööö. Und? Ah, fuck you. Deine Mutter. Ich wollte den nicht. Ich mag den nicht. Naja, mindestens ein SSR noch. Beim dritten Multi. Naja. Immerhin einen. Also. Yantzu. Jakon. Äh, Antron 18. Oh man, echt. Blue Kaioken. Den wollte ich überhaupt nicht. Mindestens zwei Tickets. So, jetzt kommt der Free Summon. Der bei Super Saiyan 4 Goku. Und beim Super Saiyan 4 Vegeta Banner. Immer. Oh, Mr. Sardar Links. Immer für die Katz war. Ah, wieso verwandest du dich Goku? Mann. Gib mir jetzt mindestens den Dreifachen. Nein, immer nur nicht, ey. Trunks. Goku Black. Danke. Ja, immerhin habe ich den jetzt mit dem Duke System fertig. Jetzt habe ich ihn 100%. Und toll. War aber auch nicht den, wo ich haben wollte. Ich habe ihn 100%. Muten Roshi. Ihr merkt schon, ich fatze das schon ziemlich durch. Chichi. Die Drops Raids sind für den Arsch. Ja, das habe ich schon gemerkt. Deine Mutter. Nein, 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 nein. Fucking Brody. Oh, Mann. Ich hasse den. Kann ich den überhaupt in den LR-Probally irgendwie rein? Ach, ne. Ich habe den ja auch schon in den LR-LV 10. Der bringt mir ja gar nichts, die Drecksau. Oh ja, fick dich. Ich speed da jetzt durch. Das war da eh der letzte. Ah, habe zweimal super seit dem 4 Kugel gezogen. Danke. Schön für dich. Mindestens einer. Musik wechseln. Nein. 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 Ja. Oh. Oh, keine, keine Raumschiffe oder sonst was. Kommt Black. Ja. It's over Freeza. So. Ein SSR haben wir garantiert. Welcher, welcher Charakter ist das? Und. Ja. 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 Ja, Mann. Ja, Mann. Get out. Fucking. Hope is real. Das war mein Gesichter, ein Screenshot machen und Juni's, äh, Johnnie's schicken. Ähm. Äh, Paint, Screen. Geh mal mal kurz Discord. Ich muss den kurz nerven. Äh, ich mach gleich weiter, Leute. Keine Sorge, keine Sorge. Die einfügen. Das speichern. Ähm. Nee, desktop. Ich mach gleich weiter, Leute. Keine Sorge, keine Sorge. Äh, ich will das nur kurz Johnny's schicken, dass ich ihn auf den Sack gehen kann. Äh, 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 falls du das im Nachhinein sehen solltest, Johnny? Sorry. Äh, 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 wo haben wir's, 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 wo haben wir's? Da haben wir's. Hihi. Ich hoffe, man konnte das jetzt, nein, man konnte das nicht sehen. Äh, ähm, der Chat. So, wir machen weiter. So. Keine Sorge, Leute, ich mach jetzt weiter. So. Wir haben mindestens schon mal eingezogen. Das ist geil. Also einer hat geschrieben, das Event wäre so sau schnell. Okay, der Rest ist natürlich nichts mehr. Aber egal, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Aber mein Ziel ist es, den gleich Maximum zu kriegen. Du Angeber, Ryosoki. Hallo? Was? Hi, wenn ich schon mal kann. Oh, Rainbow. Ah, verdammt. Goku. Wieso? Wieso Goku? Warum? Mindestens sind die Server diesmal stabil. Ich hatte echt Angst, dass ich nachher wieder so kacke habe, wie beim letzten Mal beim Video. Okay, Lappen, Gohan. Dabra. Muten Roshi. Bye-bye. Glatzkopf. Salzer. Scheiß Android. Zweiter Scheiß Android. Schwuchte. Vegeta. Death Multi. Naja, nach Super Saiyan 4 Gogeta habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Multi ist besser. Ihr bekommt dafür auch noch Tickets, Leute. Macht Multis. Seid schlau. Dann könnt ihr nachher noch in den Ticket-Banner schauen. Okay, Super Saiyan. Super Saiyan 2. Gib mir die Trefferin. Ja! Wuhu! Wuhu! Der Hype ist real, Mann. Leute, ich gehe jetzt ab, Alter. What the fuck? Ah, geil. Das ist der Fisch-Attack-Batter. Den habe ich noch gar nicht. Das ist ja cool. Ich kann den sein. Also, das ist... Ups. Piccolo. So schnell gedrückt. Das ist cool. Egal. Ist zwar... Ein guter SSR eigentlich. Also, ich weiß nicht, ob er gut ist. Ich muss ihn mir noch kurz angucken. Aber er ist mindestens gut, weil ich ihn noch nicht hatte. Oh, wer haben wir denn dann? Fucking C18, Mann, Alter. Ich hasse die. Ich hasse die. Alter, ich hasse dich. C18. Ich mag dich zwar in der Serie, aber im Spiel hasse ich dich, Mann. Wieso? Wie viele Variationen gibt es von der? Gibt es die in allen? Eine STR? Also, warte mal. Es gibt die STR-Schlampe. Es gibt die AGL-Schlampe. Ne, eine T-Schlampe. Gibt es noch eine T-Schlampe? Also, ohne mit? Ja, und dann kommt Zui. Ne. Ach, dann gibt es auch einen SR als Tech. Das wusste ich gar nicht. Wie der? Dabra. Dark Power Sommer. Langes Herr. Ja, ich war eine Weile nicht mehr beim Ding. So, jetzt kommt der Free Summon. Okay, und? Ach, scheiße. Äh, wahrscheinlich... Oh, nochmal Super Saiyan 3! What the fuck? Oh, wow, 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 sorry, Leute. Ähm, okay. Äh, erstmal zum Funeral Fighters eine Frage. Ich werde... Regents of Memories machen, wenn wieder die Zeitlücke kommt. Wahrscheinlich im September. Ich komme gerade im Sommer überhaupt nicht zum Laufe aufnehmen. Okay, wir haben auf jeden Fall einen SSR garantiert. Ich bin gespannt, wer es diesmal ist. Nappa. Kid Trunks. Oh, das ist der letzte. Ghost Nappa. Oh, oh, shit. What? Da kam nicht mal eine Animation. Fuck. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Okay. What? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Leute, hasst mich jetzt nicht, gell? Ich meine, hallo. Ich meine, so wie du, so hatte ich noch nie. Das Gameplay laggt extrem echt jetzt? Sowieso, der Stream kommt nachher nochmal online. Also ich nehme das gleichzeitig auch auf. Also, falls das jetzt laggt, nachher, wenn ich das wieder hochlade, dann laggt es nicht mehr. Äh, danke, Leute. Also, nächste Animation. Komm. Dreifache so, was soll ich denn? Dreimal geht noch. Oh, schade, natürlich nicht. So viel Klick habe ich jetzt auch wieder nicht. Okay. Pilof. Gohan. Android 18. Raditz. Potamo. 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 Okay, der ist der WG-T. Ich krieg nie den INT. Ich darf mich aber nicht mehr können. Ich hab dreimal so vier von Goketa gekriegt, aber... Ich krieg nie den INT-WG-T. Ich mein, der ist der WG-T. Ach, fucking Porn echt. Zweimal hintereinander. Piccolo. Jetzt kriegt man das mit Free Summon. Dreimal Goketa. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Lacker. Ja, also... Ach nee, was labere ich da? Ich war beim Free Summon vorher. Also, ich werde jetzt noch... Warte mal. Ich will gucken, dass ich bei 1500 bin, wenn ich fertig bin mit Goketa. Dann mache ich nochmal 500 Stones bei Omega Channel. Und den Rest mache ich extra Videos noch. Oh, Rainbow. Okay, Super Saiyan. Super Saiyan 2. Kein Super Saiyan 3. Rehazuki, du bist ein Hacker. Das wissen wir alle. Nee, wäre ich ein Hacker, dann würde ich erst gar nicht sagen. Ups, zaubern. Goedo. Wieder keine Animationen. Fischerischer Brody, den kann ich echt überhaupt nicht gebrauchen. Das ist das Schlechteste. Ich glaube, das ist echt der Allerschlechteste Gottleader. Kaioshin. Das war wahrscheinlich mein SSR in dem Multi jetzt. Checo. Ginyo. So, Rehazuki, du hast echt Lacker. Du kannst demnächst mal bei mir Samen. Ja, aber du bist der übelste Motherfucker. Warum so und jetzt nicht bei mir, Rehazuki? Ähm, kein Problem. Ich könnte bei dir ziehen. Ich würde gerne mal Abonnenten-Summon machen. Schick mir einfach deinen Account und ich mach dann einen Summon. Das Event ist unmöglich auch super. Da bin ich jetzt erstmal gespannt. So. Und, und, und. Ja, Mann. Und es ist... Thank you, Dragon Balls. Okay. Wir haben wieder ein SSR garantiert. Nail. Tabe. Der STR-Guku. Rikum. Der Sodbrenn hat, wie es aussieht. Nappa, der auch Sodbrenn hat. AGL-Freezer. Den hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ne, ich hatte den Tech. Okay, das war mein SSR. Schade. Dildo-Kopf-Freezer. Pui, pui. Checko. Ja, das war mein SSR. Okay, Freezer AG. Den hatte ich halt noch nicht, glaube ich. War das nicht der, wo gut ist? Damage Resilience. Ja, das war der, wo gut ist. Hm, nicht schlecht. So, wir kommen zu meinem Freezer. Oh, Mr. Sazan. Links. Wäre das in zwei Tagen okay? Ja, ich habe jetzt nicht geguckt. Wie lang sind die? 100 Stunden. Das heißt, in acht und f... Ich muss noch mal kurz gucken, wie lang der Banner noch mal da ist. Aber es wäre besser, wenn du mir den natürlich schickst, solange ich noch dreimal Multi und ein Freedom bekomme. Drei-fache Super Saiyan-Shift! Okay, okay, okay. Ah, den habe ich schon. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Okay, das war mein garantierter erstes Ergleich. Gleich an den Anfang an. Rikum, physischer, das Sodbrenn hat. Yashinubi. C16. Nee. Neutron-Genron. Geh'n lieb. Genio. Das war echt meine garantierte SSR, gell? Scheiße. Das ist natürlich blöd. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, ich kriege vielleicht mal den ENT-Vigator. Aber nie. So. Jetzt machen wir noch einen Multi. Drei Multis muss ich noch machen, dass ich noch den Free bekomme. So. Weiter geht's. Ich gucke immer wieder in den Chat. Also ich finde es... Ich weiß nicht, ich kann nur nicht die Zuschauerliste angucken. Wie viele Zuschauer haben wir eigentlich? Wahrscheinlich nur 10 oder so wieder. Trunks. Tambourin. Dr. Gero. Nappa. Piccolo. Tambourin. Wow, wow. Das ist ein richtig Hardcore-Death-Multi, wie so aus hier dran ist. Grediden. Checo. Das ist ein richtig hartes Death-Multi wieder. Aber ich darf mich nicht beschwimmen. Ich habe jetzt echt sehr viele SSR bekommen. Man muss aber auch sagen, ich habe so viel Geld jetzt reingestückt, sonst hätte ich nicht die 2000 Stones gehabt. Also ich... Das war mein... Das war echt viel Geld diesmal. Also... 31 Zuschauer. Ist ja rekordverdächtig bei mir. C-19. Cell. Irgendwie kriege ich nur bei Naruto die meisten Aufrufe, aber das ist nämlich so schön. Gohan. J-Co. Ich habe sie auch diesmal gar nicht getwittert oder sonst was. Also dafür... Dafür ist das eigentlich sogar viel. Trunks. Oh. Der AGL Trunks. KT. C-16. Pui Pui. Okay. Den hatte ich zwar auch schon, aber whatever. So. Jetzt noch zwei und dann mache ich noch bei Ding ein bisschen. Bei Omega Schenung. Du hast nur sieben Abonnenten. Wow. Ich habe nur sieben Abonnenten. Wusste gar nicht. Ich würde sogar schon bei 150 Stones bei dir sind. Nein, du Huren. Manche würden sich über den freuen. Ich hasse ihn. C-19. Also 150 Stone würde mir schon reichen. Da könnte ich dreimal sammeln und einmal Free machen. Das wäre völlig okay für mich. Alles unter drunter ist halt ein bisschen blöd. Weil ich kann dir dann sagen... Das wäre eigentlich auch schon ziemlich... Ich weiß ja nicht. Aber ab 150 Stones hätte ich echt kein Problem damit. Mit wem willst du Duo sammeln? Wenn du mit keinem willst, würde ich sehr gerne... Gehren mit dir Duo sammeln. Ich finde, der Gogeta-Banner hat eine richtig gute Art. Der Shenron ist mega kacke. Oh, wenn ich das schon höre. Sauberbauen. Man muss aber auch sagen, dass natürlich die... Außer der Omega Schenung dafür die anderen Charakter richtig dopes sind bei Omega Schenung. So, jetzt kommt mein Free... Ach, da steht es ja jetzt sogar auf Englisch. Free Tries, okay. Wie gesagt, ihr müsst denken, bei den Omega Schenung ist Rose drin, der Super Saiyan 4 Goku. Nicht nur der Vegeta ist ja da. Was mit Absicht ist, weil in den nächsten Banner, ich glaube beim Cooler... Ne, bei Super Saiyan 7 Banner ist nämlich der Super Saiyan 4 Vegeta nämlich drin. Das haben sie mit voller Absicht gemacht. Weil der Super Saiyan 4 Goku ist ja erst nachher bei den Gogeta-Banner glaube ich drin. Also, Dr. Gero C18 Vegeta Raditz Frost Ich fatze da halt... Ach, Goku Black. Deal, Buddy. Das geht glaube ich auch drunter. Der erste Multi kostet 25 Stones bei mir und der zweite 30 Stones. Das war ja aber auch nur bei den ersten drei. Das Problem ist, der Goku Black bringt mir jetzt eigentlich gar nichts, weil ich habe ihn schon im Dupe-System fertig. Und für den LR Goku Black bringt er mir auch nichts, weil den kann man farmen. So, jetzt machen wir die restlichen Stones bis zu 1000 bei Omega Shenlong. Mal gucken, ob ich da genauso viel Glück habe. Und die restlichen... Ja, machen wir mal erst jetzt mal erst hier. Ja. Bis zum nächsten Mal. Also, mal gucken. Gar keine Animation. Rainbow. Okay. Ich hasse ihn. Wieso? Ich habe doch nichts gemacht. Babidi. C16. C19. Mr. Satan. Nappa. Goku. Kayashen. Bochan. Great Sailor, man. Und Sommersu! Ja! Ich habe den nämlich noch nicht gehabt. Darüber freue ich mich jetzt richtig. Oh, Fusion Sommersu. Fusion Sommersu. Endlich habe ich dich, du kleine Ratte, in deinem Banner habe ich dich nicht einmal gekriegt. So. Wir machen weiter. Dev-Multi. Beim ersten Sammen. Also, hat nichts zu heißen. Ich habe bei Gugeta ja bei den ersten zwei Banner, äh, ersten zwei Sammen auch Dev-Multis nur gehabt. Deswegen, mal gucken. Also, richtig geil würde ich mich natürlich über Super Saiyan 4 freuen. Über den mehr als über den Omega-Schener. Weil, ich würde den gerne auf 100% machen. Warta. Cooler. Denn nobody is cooler, denn cooler. Boah. Der Böse, der richtig, richtig Böse, der schon so richtig grau geworden ist, so böse ist er. Darpa. Ich glaube, das ist nochmal ein Dev-Multi. Drum. Tora. Guido. Yep. Das ist nochmal ein Dev-Multi. Also, wieder zwei Dev-Multis. Das ist richtig nice. Ich bin auch so blöd. Ich habe gerade vorher gesagt, da steht ja Trice. Das spießt doch sowieso auf Englisch. Also, ich bin schon so geblendet. Och, echt, Mr. Satan rechts ist es immer kein gutes Zeichen. Okay. So, der dritte Mutti war letztes Mal bei GOOG-Beta noch gut. Deswegen, jetzt hoffe ich mal, dass hier mindestens ein SSR kommt. Virus. Kit Tekohan. Jakko. Tampo. Äh, Ocean General. C19. Ne. Was, du streamst seit wann? Ich streame schon seit K22 Minuten, glaube ich, oder? Äh, sogar schon eine halbe Stunde. Wobei, wenn man das am Anfang an wegzieht. Wo nur eine Musik gelaufen ist. Wobei, das war auch nicht so lange diesmal. Alter, echt drei Death-Multis hintereinander. Boah, der Omega Shenlong-Banner ist ja eine Nutte. Okay. Aber ich gebe nicht auf. Rainbow. Ach, hat sich wieder in Super Soldier verwandelt. Also mein Glück beim Gugeta... Hab Gugeta gezogen. Ja, ich auch. Dreimal. Ähm. Grelin. Ginyu, der mir jetzt sein Ass zeigt. Otamo. Wow, wow, das werden jetzt echt vier Death-Multis. Das ist Rekord. Das hatte ich noch nie. Piccolo. Super Soldier, Gohan, KT. Nappa. Cheese. Oh, das ist wieder ein Death-Multi. Geil. Goku. Master Shen. Ratet's. Ich fahr's da durch, weil das ist ein Death-Multi. Alter, echt vier Death-Multis. Hart. Hart. Also der Omega Shenlong seine Rate ist richtig für die Tonne. Richtig krass. Wow. Ich darf ja nix sagen. Ich hab ja genug... Ich hab jetzt echt gute Charakter bei Gugeta gezogen, aber... Holy Shit, mindestens einen Scheiß-SSR wär mir lieb. Dass ich den mindestens als Baba-Futter wegvergeben kann. Aber das ist ja richtig schlecht. Schi-Shi-Shi-Mi. Salami nenn ich ihn ja immer. Nazi. Nissan. Ginyu. Das Bobo-Bitch. Multen-Roschi. Schau wieder dir das, der Track. Lidl. Lidl. Alter. Holy Shit. Was ist Omega Shenlong der Banner für eine Tracksrate? Oh. Oh Shit. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Eigentlich wollte ich Goku, aber egal. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Gut. Ich hab ihn. Ich bin grad bei überlegen, soll ich da überhaupt noch sammeln? Ja, okay, komm. Ich hab ja gesagt, ich mach bis 1000, mach ich auf jeden Fall nochmal in den. Aber ich überleg mir echt die 1000 Stones, ob ich die nicht nochmal... Ob ich die verteile auf 500, 500 oder ob ich die alle in Gugeta reinballere. Ich hab ihn. Wieder keine SSR-Garantierte Animation. So, das ist schon bitter. Ich mein, ja, Ferdinand Mefile, du hast recht. Dafür hab ich Gugeta schon dreimal gezogen. So ist es nicht. Aber trotzdem, die Rate ist Hammer. Die ist echt Hammer in diesen Omega Shenlong. Fünf Multis und ich hab zwar den Hauptcharakter gezogen in diesem Banner, also den Hauptneuling, aber trotzdem, das ist schon gestört, wie schlecht die Rate bei dem Banner sind. Und ich mein, nicht mal ein Mitleids-SSR kriegt man da. Also für Free-to-Play-Player ist der Banner Horror. Ja, wie dann Death-Multi. Ja. Das ist, das ist der Horror. Also sowas hab ich noch nie gesehen. Holy shit. Also so einen schlechten Banner hab ich noch nie gesehen. Ich mein, sogar bei den LR-Banners, wo halt der LR ihn nicht, nicht so gut rated, ähm, droppen kann. Ähm, sogar da kommen mindestens schlechte SSRs. Ich mein, die sind immer noch besser als nur fucking Rares. Apropos Rares und SSR. Holy shit, Baba freut sich nachher. Cell, zweite Form. Shenlong. Dabra. Wie viele Dabras ich in den Banners jetzt gezogen habe? Freezer. Wow, noch ein Death-Multi. Chi-Chi. Boo. Wie viele Death-Multis? Warte mal. Ich hab jetzt Wirf gezogen. Ohne Witz. Ein SSR bei fünf Multis waren's jetzt, gell? Ja, jetzt kommt der sechs. Nee, bei sechs Multis. Das ist das siebte. Nee, warte mal. Ein, zwei, drei. Free. Vierter. Fünf, sechs, sieben. Nee, das ist schon der Acht zusammen, gell? Fucking hell. Stimmt, ich vergesse wieder, dass die ersten Multis nicht so viel gekostet haben. Deswegen, ich bin von den Dragonstones gerade durchgerechnet die ganze Zeit gegangen, aber das war ja total falsch. So. Ein, zwei, drei. Wow. Wow. Ich mag gleich nicht mehr in diesen Banner zu ziehen. Ich zieh gleich nochmal bei Gugeta. Aber das Schlimme ist, das sind halt gerade die Charakter, die ich brauche. Ich brauche Rose unbedingt. Und Super Saiyan 4 Goku. Guck, Sui, Tabe, Grelin, so, Legita, KT. Komm, Leute, nicht noch ein Death-Multi. Gib mir irgendwie so einen scheiß SSR. Ist mir egal. Fucking nail zweimal. Baby. Bulma. Russian. Holy shit. Was ist das für ein Drecksbanner? Ey, ich hab jetzt langsam keinen Bock mehr. Ich zieh jetzt gleich nochmal bei Gugeta. Äh, was hab ich bis jetzt gezogen? Ich hab Guku Black zweimal gezogen. Äh, diesen scheiß Broly hab ich zweimal gezogen. Diesen Blue Kaioken Guku hab ich zweimal gezogen. Ach ja, und dreimal vierfache Super Saiyan Gugeta hab ich auch gezogen. Ja, die Betonung war auf zweimal. Äh, dreimal. Äh, ich hab eigentlich keinen Bock mehr bei dem zu ziehen. Ach nee, ich hab Zamasu gezogen. Den hab ich schon wieder vergessen. Ich hab von denen echt jetzt Zamasu gezogen? Einmal halt. Und Omega-Schwendung. So. Ich hab aber, wie gesagt, ich... Boah, aber der Banner hasst mich richtig. Also, der Banner ist nicht so nett wie zu mir. Der Gugeta-Banner... Oh, 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 waren das sechs Stück? Das heißt, es ist eher garantiert, gell? Wenn es sechs Stück waren, ist es eher garantiert. Ich hab jetzt nur nicht mitgezählt. Ich glaub... Waren es fünf oder sechs? Okay. Guku. Cheese. Piccolo. Piccolo. Radels. Gib mir doch mindestens ein Vierfachen Gugu. Piccolo. Nappa. Ich hab in den Gugu-Banner so viel gezogen. Ich hab aber Gugu leider nur einmal gezogen. Die Raten bei Gugu-Banner sind so gut. Und bei den General-Banners sind die Raids richtig, richtig schlecht. Ja? Kann ich bestätigen? Holy shit! Was ist das für ein Banner? Ich... Das Problem ist halt, ähm... Gugu-Banner, ich muss eigentlich nur noch Gugu-Banner noch zweimal ziehen, dann ist der fertig. Dann bin ich fertig mit dem. Äh, und das ist natürlich das Problem. Ich muss mir 50 Stones auf jeden Fall aufheben für Supreme Kai. Ich hab nämlich keinen Bock, Gugu-Geta seine, äh, Ding zu farmen. Wenn man die überhaupt farmen kann, das weiß ich gar nicht. Ähm... Und ich werde den gleich mal von der Brut... Ja! Dankeschön! Danke! Danke! Ja, Mann! Dankeschön! Jetzt bin ich zufrieden, Leute. Scheiß drauf. Scheiß auf die Dev-Multies. Ich hab sowieso der Gugu-Banner noch einmal gezogen. C-18. Wieso sind eigentlich in jedem Banner die scheiß Ginyo-Force und die fucking Androids so oft drin? Die hasse ich richtig. Äh, ja, Bata? Dich wollte ich nicht andrücken. Dich wollte ich andrücken. So. Ja, okay, wenn bei Shenron dir die Giraten besser waren, dann kannst du ja eigentlich froh sein. Ähm, aber wisst ihr was, Leute? Wartet mal kurz. Ich muss unbedingt mal gucken, dass ich... Nein. Dass ich... Nein. Ups, das war versehentlich. Es werden irgendwie immer die gleichen Scheiße abgespielt grad. Und ich hab so viele Budokard 3 Soundtracks eigentlich. Und ich hab so viele, glaube ich. So. Ey, der Gugeter wird mir verwehrt, denke ich. Aber wenn ich beim Shenron mache, dann bekomme ich locker 5 SSR. Das ist doch nicht... Das ist ein Witz. Oh, Rainbow, verwandelt sich nicht Gugu. Nein! Nein! Oh, Mann. Ich krieg... Ich mein, ich hab jetzt die 3-fache Super Saiyan Animation seit langem mal wieder gesehen. Und dann gleich 2 Mal. Aber Bye Guys, das bleibt mir immer noch sehr weit weg. Also das hab ich jetzt schon evig nicht mehr gesehen. Das wird wieder so ein Drecks-Death-Multi. Aber egal, ich hab so besonders schon viel Gugu einmal gezogen. Der ist sowieso noch öfters in den Banners drin. Also, da muss ich mir nicht so viel Sorgen machen. Yancho. Den werde ich schon irgendwann mal fertig kriegen. Freezer. Ach, kann ich nicht einmal Rose ziehen? Rose oder Buhan? Beide wären geil. Ja, das war wieder ein Death-Multi. So, ich glaub, jetzt kommt mein Free. Und ich glaub, da mach ich noch ein paar Singles. Mit 105 Stones hast du deine 4 Multis, während die Summe auch okay zusammen. Ja, stimmt. Ah, ja, da hast du recht. Stimmt. Okay, das passt auch. Rainbow, verwandle dich nicht. Gugu, Mann, verdammte Scheiße. Wieso verwandelst du dich jedes Mal? Hab vier Multis gemacht. Zwei Scheinohren, ein Rose und zwei Summersor. Letztens in den Stream. Hab was verpasst. Hab ges... Summend. Was? Gesummend? Ja, ja, ich... Das Stream kommt sowieso nachher auf YouTube hoch. Keine Sorge, Leute. Ja! Danke! 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 Noch zwei! Und ich bin fertig mit Gugu. Cell. Ne... Attention Hunt. Rekum. Potion Serum. Yashirobi. Chauzu. Lappen Gohan. Ja, Mann. So. Jetzt fehlen mir noch zwei vierfache Gugu und noch zwei Gugetas und ich bin fertig. So, jetzt ist aber die Frage. Ich hab jetzt noch 1074. Also... Also, es ist auf jeden Fall geplant, dass ich noch... Nach dem Stream werde ich noch offline Videos drehen, dass ich noch auch Videos dazu habe, nicht nur mit dem Livestream. Ähm... Bei den Tickets weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Vielleicht... Ich frag mal vielleicht Johnny, ob der die mit mir... Ne, ich glaub, der tut's mit Refacer machen. Ähm... Oder ich guck vielleicht mit jemand anderes, äh, werde ich die Tickets sammeln. Also, wenn jemand... Da war doch jemand, der wollte mit mir Duels sammeln machen. Spar dir deine Tickets. Ich würde... Ich werde wahrscheinlich dann mit dir die Duels sammeln machen. Mit den Tickets aber nur. So, jetzt ist die Frage. Der Interessanteste ist... Also, im Prinzip ein Gucku noch... Äh, zwei Guckus noch. Ich bin... Richtig froh dann. Rose hab ich einfach nur einmal besetzt. Das war mein erster guter SSR und dann zieh ich ihn halt verdammt nochmal nicht öfters. Zamasu ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal. Wobei, bei Zamasu ist jeder Zamasu auch gut, weil den seine... Äh, Ding... Äh, seine Superattacke ist farmbar. Die hab ich auch schon so gefarmt. Einzulgenprinzip muss ich alles nur noch reinballern. Bei Wuhan wäre das nicht anders. Vegito ist der allerletzte, den ich sehen könnte. Also, dem will ich echt nicht. Ach komm, wir machen weiterhin jetzt... Wir machen jetzt hier noch einen Multi und dann mach ich noch ein paar Singers. So, Leute. Wer hat noch nicht gezogen? Zieht mit mir auf. Drei. Zwei. Eins. Let's go! Oh, wieder kein... Okay. Unser letzter Multi fängt mit C18 wieder an. Wir haben auf jeden Fall wieder kein SSR. Garantiert. Das heißt, es kann wieder ein Death-Multi werden. Freezer. Rekum. Mr. Sartan. Ich bin gespannt. Vielleicht ziehen wir noch einen Guggen. C17. Tension Hunt. Nice. Ciao, so. Also, es wird ein Death-Multi, Leute. Master Shenan. Und... Äh, Masarashi. Dr. Gero. Japp. Ein Death-Multi. So. Singers sind katastrophal. Also, davon will ich mich jetzt mal gleich überzeugen. Wenn einmal, ich hab 24 Stones. Also, haben wir nur 20. Also, kann ich zwei Singers machen jeweils. Ich mach zwei Singers bei Gogeta. Und zwei Singers bei Omega Shenlong. Und dann versuche ich mich mal vielleicht ans Gogeta-Event. Mal gucken. Ich weiß noch nicht. Okay. Zwei Poets. Oh, das wird ein Rare. Oh, shit. Oh, das fängt ja super an. Genial. Der mir seinen Arsch zeigt. So, nächster Single. Eins, zwei, drei, vier. Oh, ich hab' ich in. Wow, wieder... Oh, okay. Die Singers sind ja wirklich katastrophal. Gut zu wissen. Ich mach' keine Singers mehr. Also, ja, okay. Die zwei Singers mach' ich jetzt natürlich schon noch. Das ist klar, weil... Pff. Das... Das ist ja schon verballert. Also, von daher... Aber ja. Ihr habt echt recht. Die Singers sind katastrophal. Zwei Rares. Das hab' ich ja noch nie erlebt. Ein SSR... Ein SR ist... Okay. Och, wieder vier. Rainbow, verwandle dich nicht. Du Huren. Ah. Das gibt's doch nicht jedes Mal. Wieso verwandelst du dich, Goku? Ja, gib mir den scheiß SR-Charakter jetzt. Und dann mach' ich noch einmal einen Single. Hol' mir noch ein Rare. Und dann hat sie's gegessen. Ja, fucking sauber. Ich... Ich schwör... Ich versteh' dich nicht. Wieso kann er nicht einmal sich nicht verwandeln? Ich wollte meinen By Guys. Man muss denken, ich hab' jetzt tausend Stones verbandelt. Malat. Nicht einen By Guys. Nicht eins. Neun Singles. Zwei R's. Was? Sieben R's. Rares. Und zwei R's. Oh. Oh. Oh, das ist bei mir nicht anders, wie das aussieht. Holy shit. Okay. Android 16. Richtig geil. Okay, Leute. Ich würd' sagen... Das war's mit dem Stream. Oder soll ich mich an der... Ich hab' mich an der... Ich hab' mir an der Wende noch gar nicht...